Hallo meine Freunde der Sonnenei. Da sind wir wieder. Was bin ich denn? Bin ich der Amboss? Wir spielen heute wieder Blockhand. Ok, ich bin der Amboss. Ne, ich bin das TNT, lol. Ok, wie warten das? Ich spiele... Ich glaube, ich spiele auf dem Mineplex-Server. Und da ist es so, dass wir nicht tauschen können. Das heißt, wir müssen jetzt als TNT-Block... Also wir werden irgendein Block oder... Ich frage mich gerade... Hehehehe. 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 Hehehe. Hehehehe. 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 Hehehe. 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 Ah lol. Ich treffe die alte Doemi. Aber ich will die gerne mal anhäten. Ah, auf dem Block. Ah, okay. Aha, warte mal. Ich will gerne ein Tier sein. Probleme sind... Warte mal, wo sind denn die gerade? Ja, der ist ziemlich nah hier, der Ena. Was? Okay, ich bin jetzt ein Chicken. Geile Scheiße. Wie geht's euch, Freunde? Ey, ich bin einer von euch. Geil. Geil. So bescheuert. Alter, hört doch mal hier auf mit dem Lärm. Danke. Es hat ja mal voll genervt, ey. Vielen Dank dafür. Bin ich... Na du? Ist das hier? Hallo? Ist das hier? Ach, die gucken mich... Irgendwie gucken die mich voll creepy an. Ich krieg voll Angst. Mensch, hört doch mal auf, so zu gucken, Mann. Booty. Kann man Tiere töten? Ne. Okay. Also, ich wollte das natürlich nicht machen. Es war jetzt einfach nur ein Experiment. Ein soziales Experiment. Aber ich fühle mich ja echt wohl, ne? Muss ich echt sagen, ne? Na? Ey, guck mal. Guck mal, wie die gucken so. Was ist denn das für ein Affe? Auf den hab ich... Die gucken so von wegen so. Auf den hab ich gar keinen Bock. Das Problem ist, ich glaub, der hat den Bogen gesehen. Ich feier da so. Und der hat eine Bambusleitung, ey. Das ist so cool, ey. Also, was heißt den Bogen? Der hat den Pfeil gesehen, nicht den Bogen. Was kann die Feder eigentlich? Äh, wow, Feder. Wow. Feder. Ach so, das ist eine Feder. Oh, ich glaub, der probiert jetzt alle Tiere aus. Das ist so geil. Oh, oh. Als ob der mich nicht schlägt. Fick dich. Was ist das geil, ey. Das ist so bescheuert, ey. Weil von da hinten kam grad auch noch ein Pfeil geflogen. Oh, fuck. Das ist so bescheuert. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das bescheuert. Vor allen Dingen müsst ihr euch mal vorstellen, wie ich laufe als Huhn jetzt gerade weg. Ah, geil. Der hat richtig Bock, ne? Komm, 13 Sekunden, 12. Woody. Komm, wir verfolgen jetzt einfach den. Ja, wir verfolgen jetzt einfach den. Ah, geil. Oh, der war, oder? Hey, Heidi, die wird's gefahren. Ich fand das so geil, dass der da erst mal ein Pfeil abkommt. Dann kommt noch einer geflogen, ey. Was sind das? Ne, am Büro. Ah, schön, ey. Ah, okay. Sehr schön. Sehr schöne erste Runde. Mal gucken, wie die nächste Runde jetzt so wird. Kann man kein erzählen, was wir machen. Nee, Ambos finde ich total scheiße. Warte mal. Boah, hier gibt's ja voll weh. Ich weiß halt auch leider nicht, wo die anfangen. Ja, jetzt bin ich nicht scharf. Mäh. Sieht irgendwie fast so aus wie so eine Sekte, irgendwie, ne? Inshakalakalaka, Inshar. Inshakalakalaka, Inshar. Aber so mit den Augen sehe ich früh auch immer aus, ne? So, wenn ich so sehe, okay, fuck, ich muss ja auf Arbeit. So ist der eine Auge nach da, das andere nach da. Aber man hat eine gute Weitsicht. Hat Vorteile. Umshakalakalaka, Inshar. Umshakalaka, Inshar. Umshakalaka, Inshar. Es ist ein Bescheid. Ich feier das, ey. Das ist so cool. Umshakalakalakala, hey. Hey, 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 Magdalena. Hey, Magdalena. Die Augen. Das ist so geil. Ich frage mich halt, wo die, wo die Dings sind. Guck mal, da kam schon ein Fall geflogen. Sag mal. Hä? Guck mal, wenn ich jetzt hier hinschieße, geht der Fall überraschend nach unten. Aber wenn ich höher gehe. Da oben rennt ein Huhn rum. Was? Was? Das ist so ein Schein. Warte mal. Guck mal, wie viele da da oben sind. Ist das geil? Ja, geil. Ah, schön. Boah, Alter, was ist denn direkt hier los? Hey, ist das ein Spieler? Ah, vor allem, man muss sich das mal reinziehen. Wir sehen gerade Hühner, die mit dem Bogen schießen. Du bescheuert. Ah, sowas gefällt mir wieder. Feier euch, Hühner, die mit dem Bogen schießen. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Ich dachte, er läuft an mir vorbei. Schade. Okay. Auf dem Dach sind die Hühner, ne? Ja, da habe ich kein bisschen gepokert, aber es war lustig. Es wäre halt so geil gewesen, wenn der älter an mir vorbeigelaufen wäre. Der war ein Huhn, ne? Kann das sein? Ja, auf dem Dach, weil hier kann man ja nicht drauf. Da, das war ein Spieler, das habe ich gesehen. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang in der Hoffnung, dass er im Kreis läuft. Als ob! Ja. 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 Warte mal, ich muss die nur hier ein bisschen aufscheuchen, dass die von Dach runter gehen. Ja. 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 Schade. Die haben es da oben geschafft. Ich wollte eigentlich noch jetzt hoch gehen. aber ist echt ich muss sagen ist echt schwierig auf so einer map wenn man dann also punkt erst mal hat ne auch nein mittel ja ist ok Ja, okay. Hä? Also, ja, ich dachte, es geht gerade schon los, weil ich habe mich irgendwie gewundert. Wieso läuft denn hier keine Zeit? Ach so, weil ich, ähm, ja, könnte irgendwie Sinn machen, ne? Ich bin hier eigentlich ganz raus. Ja, das leckt immer so, Mensch, ey. 10 Hunter? Okay. Okay. Guti. So, hat der eigentlich keine Rüstung? Oh, ich dachte, ich hätte jetzt schon eher einen Schade. Die Map ist ja gigantisch. Ach du Scheiße. Ist halt auch das Problem, wenn man die Maps nicht kennt, ne? Also, so wie ich. Aber Tiere, ich glaube, Tiere ist hier wirklich, äh, äh, bei dem Modus wirklich ist A und O. Ich glaube, ich glaube, was anderes muss man fast schon gar nicht mehr suchen. Nur, ich weiß nicht, ob die sich genau dahin stellen, also so, so dumm sind wie ich und die anderen Tiere sind. Problem, ich habe den schon gesehen, das Problem ist ein bisschen, bitte. Hä? Bin ich doof? Von hier kommen auch Pfeile, ne? Also, irgendjemand schießt auf mich die ganze Zeit, aber ich, hä? Irgendwo ist hier, glaube ich, einer, aber hä? Wo denn? Das Huhn wäre zu offensichtlich. Ist da vielleicht eine Melone geblieben? Ah, da muss ja hier irgendwo einer von den Melonen sein. Das Schwein da hinten. Das Schwein. Kuchen. Verfolg den Kuchen. Ah, lol. Das haben die, ach so, das kann man kaufen, TNT, lol. Ist ja asozial. Alter, ich bin mit dem Bogen so schlecht. Und ich habe gerade Übel-Lex. Reicht mir jetzt hier langsam mit dir. Der hält mich halt mit dem Bogen mega auf Abstand, ne? Auf. vehicles. Die, da, hört auf. Ia weiß nicht, was ich dann gesagt? Wir clips, so. Ich habe hier relacionamento. endlich meine herren es hat aber auch gedauert so ich sage ich bin mit dem bogen hat man zum glück nicht mitbekommen man hat mal gar nie das war sperma normales schwein weil das gerade vor allem noch einer der sich versteckt und das wird denke ich mal so einer sein der irgendwo ist bei eines ist immer schwierig weil er kann halt überall sein wir können ja auch 10.000 sucher sein die welt besteht ja schon hier allgemein schon aus 100 milliarden blocks blöcken tschuldigung auf einmal stehe ich die ganze zeit auf ihnen stehen würde traut er sich die letzten sekunden raus bestimmt aber der wird bestimmt nicht bei mir sein der witzig zu sehen also ich weiß werden ja dann sichtbar aber wir trotzdem so wie das dass es dann angezeigt wird komplett also für die leute die vielleicht ein bisschen seltener spielen für die wäre es halt ganz cool ja und ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin haut rein und tschüss